Was gefällt mir sehr gut, ich komme gerade aus dem Forum Quantum Patient und es war sehr eindrücklich. Es ging jetzt nicht darum, SARS-spezifisch etwas umzusetzen, sondern ganz grundsätzlich, wo stehen wir jetzt im Bereich Healthcare und wir sind an einem Wendepunkt. Und es war auch sehr eindrücklich, also ganz grundlegend, was ist überhaupt Analytics, grundlegende Fragen und wie ist das anzuwenden jetzt angereichert mit Beispielen aus seiner Consulting-Tätigkeit. Das hat mir sehr gut gefallen. Im Allgemeinen gefällt er mir gut. Ja, das Kongresshaus ist immer wieder schön, wenn man da sein darf. Es ist sehr interessant, man lernt viele neue Sachen kennen, auch neue Leute. Es ist sehr spannend, ja. Ich habe gesehen, dass wir als unsere Firma teilweise schon recht weiter sind als andere, die erst anfangen mit SAS. Es ist natürlich recht spannend, um es zu vergleichen. Ich habe es recht spannend gefunden, dass mich jetzt Twint zum Beispiel SAS braucht. Das habe ich sehr interessant gefunden, was ich jetzt noch nicht gewusst habe. Ja, es war schon ein bisschen das Highlight bis jetzt gewesen. Der Anlass gefällt mir sehr gut, es ist sehr abwechslungsreich und man sieht viele innovative Lösungen. Was für mich für die Hochschule Luzern vor allem wichtig ist, ist die Kontakte, die man da knüpfen kann. Also man trifft wirklich Leute aus ganz vielen verschiedenen Sektoren und das ist sehr interessant, ja. Der Anlass ist sehr gelungen, wie jedes Jahr bei SAS natürlich. Es ist eine grossartige Plattform, Leute kennenzulernen, neue Leute zu treffen, alte Bekanntschaften wieder aufzuwärmen. Also eine grossartige Angelegenheit. Was sicher interessant ist, ist Visual Analytics. Das wird der Place to be sein in dieser Zukunft. Dort muss man aufspringen, dort muss man dabei sein, dann muss man verfolgen. Und man sieht auch, dass die ersten Versionen, die waren, bereits weiterentwickelt werden, dass sie gebetet wird in neue Produkte. Also man sieht, SAS ist technologisch und vom Geschäft her sehr gut unterwegs. Mir gefällt es eigentlich sehr gut hier. Es ist schön, hier in Zürich zu sein, zusammenzukommen mit anderen Kollegen zu diskutieren, die zum Teil die gleichen Herausforderungen haben. Sehr interessant. Hier im Interesse für den Produkten von SAS arbeiten, habe ich natürlich sehr viel schon gekannt. Das Einzige, was mich jetzt sehr interessiert, ist mit Textmining dort noch einen Schritt weiter zu kommen. Wir haben auch in den Aufhebungsgründen, in der Versicherungsbranche recht viel Text. Und das natürlich können zu analysieren und dann können zu automatisieren, das ist sicher ein Mehrgewinn für uns. Wir benutzen SAS-Tools jetzt und wollen sie mehr in der Zukunft benutzen. So die Themen sind sehr wichtig. For example, eine von Nestle ist sehr gut. So jetzt wissen wir, wie wir unsere Analyse-Analytik haben, wie wir es gut dokumentieren, wie wir es benutzen, wie wir SAS und R in der gleichen Zeit. Es ist sehr hilfreich. Und die Gesellschaft ist sehr großartig, wie wir sehen, wie sie neue Ideen finden. Vielen Dank für diese Möglichkeit, das ist großartig.